hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu we happy few hier beim einbruch ja das ganze war ziemlich spannend hier beim letzten mal und ich würde sagen das wird es jetzt immer noch werden ich weiß nicht was mich darin erwartet ich bin auf jeden fall sehr gespannt fertig und schloss knacken ok dann gucken wir doch mal es kommt ja auch ein plot twist und ja hier kommt irgendwas sehr unschönes sehr gut aber das kann nichts gutes bedeuten ok dann gibt es sowieso keine munition dafür also kann ich das fallen lassen muss ich mal wieder was kräften überliebender schluss aufgoben damals 64 jahre leute bücher gelesen um zu lernen wie wie er dinge besser machen kann ok ja will ich auch sagen klaviernoten lesen note akkord note note akkord note alles klar ich komme da wohl nicht hin alles klar doch keiner auf blöde ideen kommt ich glaube die bücher werde auch jetzt mal lesen oh cool den generator raum betreten alles klar ich will aber jetzt mal gerade gucken hier nach dem buch was ich denn gerade gefunden habe schlüsselkarte wo habe ich denn das buch da ist der schlüssel nö das buch ist wohl irgendwie anders nee alter spiele ich mache doch keinen alarm hier sag mal ok aus dem generatoren raum brüderliche bundle heißt du die aufgabe ja tatsache das luftschiff sein ist bestimmt auch aus pappmaché frag mich aber was dann der grund war von denen dass sie hier so ein chaos machen wer weiß wer weiß es geht wohl nur hier in diesen gelben blumen warum auch immer läuft aber noch wie am schnürchen noch die frage wie lang und ich nehme an hätte ich den anderen laufen lassen hätte ich garantiert oder hätte er besser gesagt garantiert den alarm angemacht und dann wären alle auf mich losgegangen ach sag bloß jetzt jetzt komme ich auch hier rein alles klar man ist das cool gefällt mir gut äh ne 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 brauche ich nicht hier gucken wir auch mal schnell rein tag 3 alles klar was haben wir denn hier ich will die tasse nicht kurz jetzt nehme ich mit alles klar brechti ich glaube so ein zu haben ist nicht ja 2 sogar ist nicht schlecht äh vom 2 ja alles klar alles klar Okay, ich glaube, wenn ich einen Generator sabotiere, muss ich schneller sein. Oh, wie komme ich denn hier? Komm, also mitnehmen. Wie viel Gewicht habe ich gerade? Wir haben bestimmt einiges verloren, oder? Ja, schwer zu sagen. Hier muss aber irgendwo ein Hinweis sein. Was zu knacken. Mann, oh Mann, alles verschlossen hier. Der hat was zu verbeeren. Flaschen, ich habe doch 40 Flaschen. Genau hier. Gewicht 0,2. Mach mal runter auf... 25. Okay, alles klar. Lassen wir erstmal so. Klebeband dürfte auch gut sein. Auch hier wieder ein Schloss zu knacken. Wahrscheinlich auch wieder sehr viel drin. Oh. Warte, alte Tasse. Ach, nein. Okay. Geht auch mal mit. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht mal, äh, gerade gucken, dass ich vielleicht noch einen Plan B habe. Sowas wie hier das. Genau sowas. Aber da war auch gerade, was zu verstecken. Das ist gut. Du hast den Lager entgekommen, alles klar. Oh, für fuck's sake, Oli. Er hat sich hier zu. Ich weiß nicht, ob er es war, oder? Ich weiß nicht, ob er es war. Ich glaube, er wusste nicht. Aber wo sind die alle hin? Okay. Alles klar, der Alarm ist nur in diesem Sektor. Warum auch immer. Aber besser für mich. Okay, hier kommt er auch wieder. Alles klar, alles klar. Rein da. Wunderbar. Haben wir das geschafft. Papier-Marché-Tanks. Die Glocke hinten betätet. Was? News-Paper und fucking Glue. Oh. Okay. Okay. Wenn ich es zurück zu Oli ist, kann er mir helfen, zu helfen, aus der Stadt zu kommen. Oh Gott. Nicht so offen laufen, vielleicht. Da muss ich dich wohl fertig machen. Oh. Ja. Alles klar. Oh, cool. Ein schönes, großes Feld. Hier kann ich mal schnell drüber sprinten. Ach, ich finde das schön, wie schnell der sprintet. Aber jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ach, das ist ein Schnurrwort. Äh, 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 schön. Was wir denn jetzt als nächstes machen müssen. Mal. Wir durchlaufen. Ach genau, hier läuft... Oh. Was war das denn? Hier läuft noch die grudelige Musik. Ich nehme an, der hat gerade nachgeladen. Und, äh, ja. Ach, das hatten wir schon mal. Alles klar. Auch wieder hier rein. Cool. Ah, ja. Okay, jetzt kommen wir auch hier rein. Wunderbar. Wunderbar, äh, ja. Oli in seinen Turm treffen. Oh, cool, einen Aufzug hat er. Mann, das ist cool hier. Achso, das ist für Rufen. Alles klar. Ja, cool. Das ist mal eine geile Basis. Da gehen wir noch gar nicht weiterziehen. Ja, wobei. So richtig, wie das Ding ist, ist auch eigentlich schon. Oh, schön. Schön, schön. Ach, krass. Ich muss noch ganz oben. Das wird gleich eine schöne Aussicht, äh, geben. Dann gehen wir noch mal schnell nach oben und gucken mal. Ah. Oh, alles klar. Ging noch mal gut. Hm, hm. Sehr gemütlich. Ja. Rein hier. Oh. Okay. Video. Das ist ein sehr guter Weihnachtsmus, da, ist es. Du kennst, die Power Switch war alarmiert? Sie sind alle ziemlich verrückt, du kennst. Manchmal denke ich, dass sie die Deutschen zurückkommen wollen. Du kennst, die Power Switch war alarmiert? Das ist ein Schmerz, du kennst. Sie wollen noch ein paar Mal. Du wirst, du kennst. Wie würde ich das wissen? Für fuck's sake, Artie. Die Zeit sind schwer, aber du und ich gehst wieder. Die Tanks waren schmerz, Olli. Was ist das? Das ist Tankarmor. Die Tanks, die sind aus Papier Maché. Wir können sie haben, wenn sie nicht wirklich haben. Nein. Ich würde ihnen nicht geben, Percy und die anderen. Ich würde mich nicht auf, was ich nicht auf. Ich würde mich auf, was ich auf das Tränen. Oh mein Gott. Ich auf, was ich auf das Tränen. Ich war nicht zu alt, um zu gehen. Du nicht vergessen, so etwas wie das. Aber, didn't you hear me? Ich habe die Deutschen, die haben meine Geburtstag, wrong. Wenn es nur ich, ich würde nur meine Happy Pilsen nehmen und schlafen nach dem Ende des Welt. Aber ich habe gesagt, ich habe gesagt, Percy, dass ich ihn sicher sein würde, während wir in Deutschland waren. Du hast gesagt, dass ich mich auf die Brücke zu helfen? Das ist Dustin. Ich habe mich auf die Foggeist. Aber wenn man das, wenn man das zu tun hat, um die Brücke zu machen, und wenn man das, wenn man die Bobbys gesagt hat, dass du da bist, um die Brücke zu verraten, die Brücke zu verraten, das könnte, um deine credibilität zu verraten. Und von Maidenholm, ich kann mich nach Appleholm. Und Appleholm hat die einzige Brücke aus der Willington-Wels. See? Easy peasy, lemon squeezy. Well, dann. See you on the other side. I'd rather doubt that. Adieu, Artie. Good luck. Alles klar. Hätte ich jetzt hier wieder rausgeschmissen? Oh, schade. Und, ihr seht's, Erfolg. Wunderbar. Ach, benimm dich. Zur Salamanca-Brücke gehen. Okay, machen wir doch. So, machen wir doch. So, wo sind wir denn? Nein. Okay. Kilometer von hier. Der wird relativ zügig gehen, so wie der sprintet. Ausdauer geht hier auch relativ zügig wieder zurück. Und während wir... Okay, wird pausiert. Schade. Ich wollte gerade, während wir hier... Warte mal, ich hab doch... Oha. Alles klar. Oh, kosten 5. Achso. Warte mal, was haben wir denn hier? Ja, ist gut. Alles klar, das ist auch gut. Ich gleich ja so viel im Moment. Ach Mist, ich wollte aber noch was gucken. Ich wollte nämlich hier gucken, ob ich vielleicht noch was ganz cooles anfertigen kann. Nö. Nö. Alles klar. Okay. Dann... Schauen wir doch mal hier wieder ab. Äh. Ey, komm, lass ich mal da. Wo war denn hier der Ausgang? Das könnte hier vielleicht nicht gewesen sein. Ne. Durch den normalen kommen wir nicht raus. Aber hier. Oh. So. Ob wir da nochmal reinkommen, weiß ich nicht. Bestimmt, wenn wir klingeln. Aber ich glaube, wir müssen nicht wieder zurückkommen. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ich muss das Ding doch bestimmt ausrüsten, ne? Was er mir gerade gegeben hat. Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oha. Wir sind nicht gerade pointlich. Oh, ich bin bei ihr. Die Kidnapper. Was? Ja. Alles klar, dann machen wir das nochmal gerade schnell. Sind das hier die Kidnapper? Sieht doch so aus, ne? Es wäre noch cool, wenn man die, oh. Wenn man die, äh, leise. Ach, äh, schneller. Ähm, bewusstlos machen könnte. Ne, brauche ich nicht. Habe ich jetzt die Quest doch nicht? Hä? Warte mal. Müssen wir gerade gucken. Doch. Das ist die Quest. Was war das? Ich war's. Du bist hier. Ich weiß, du bist hier. Unerlaubt. Das ist betreten. Ich schalte dein Licht aus, mein Freund. Oh. Klatsch dich da hin. Du hast nichts Tolles. Nicht umdrehen. Alles klar. Alles klar. So. Auch nichts, äh. Zwei habe ich schon. Cool. Also es sind einfach nur die, die hier rumstehen. Machen wir doch dieser Heldental einfach zu Ende. Ja, dann müssen wir das später nicht mehr machen. So, was hast du? Auch nichts. Nichts Tolles. Der Letzte wird wohl da oben sein. Den werde ich wohl so schlagen müssen. Letztlich doch. Nee. Oh, 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 oh. Alles klar. Alles klar. Den Schlüssel holen. Mal gucken, was du denn hier so hast. Auch wieder nichts. Oh. Oh. Oh, come on, you pack rat. You can't take all this with you. Was wiegt denn hier noch so viel? Holte Kartoffel, die kann ich fallen lassen. Was haben wir hier? Krähenfüße. Aha. Mhm. Kann ich mal zwei rausschmeißen von. Warum mir jetzt der Kuchen nicht verfault? Dann gönne ich mir doch einfach mal ein Stück. Ne? So. Alles klar. Äh, was? Ach, hier. Mit dem Koch sprechen. Aha. Ach so, da habe ich schon reingeguckt. Wo ist denn... Du warst aber hoffentlich nicht der Koch. Wahrscheinlich hier unten. Wo war? Wo haben wir dich denn? Das sieht gut aus. Aber da komme ich auch nicht rein. Hä? Da ist schon ganz viel Zeug. Und der Koch. Warte mal, vielleicht komme ich von oben irgendwie rein. Oder aber... Nö, das ist zweifelig. Ich schätze, ich muss irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ach. Ganz toll. Kirsche. Wo ist denn hier die Kirsche? Warte mal, ich kann doch bestimmt hier... Ähm... Quests ist wahrscheinlich hier. Ähm... Nee. Die verfolgen wir mal. Warte mal. Scheiße, ob ich mache den Alarm. Ist ja eh keiner mehr hier. Kann ich... Nee. Also ich... Könnte mir vorstellen, dass man da irgendwie hinten rum rein muss. Durch ein anderes Gebäude. Und wir deswegen halt auch den Schlüssel brauchen. Äh... Beziehungsweise geholt haben. Ähm... Ja, müssen wir gucken. Ganz schön dunkel hier. Oh, wir haben die Leichen wohl... Ah, die Leichen. Die... Bewusstlosen wohl entdeckt. Schätze ich mal. Alles klar. Dann stelle ich mich mal hier hin. Und sage, wir sind... Oha, das wurde jetzt schnell hell. Sind am Ende einer Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und würde mich freuen, auch wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und... Ja, ich würde sagen, bis ein Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.